250 Menschen kamen in Sachsenhausen zur Osternachtsfeier. Die Wanderung dreht sich in drei Stationen. Wir gehen hier in der Nikolauskirche und dann geht es weiter zum Friedhof. Über uns und um uns sitzt, über uns und um uns sitzt, unser Haus so lieb und blieb und stand vor einem Dach im Blick. Die Wanderung dreht sich in drei Stationen. Gut wäre es, wenn auch die Sehnsucht nach Frieden in unseren Herzen weiterleben würde. Aber Gott hat auch die Sehnsucht in uns eingepflanzt. Die Sehnsucht danach, dass Menschen in Frieden und Liebe miteinander leben können. Nicht der Tod hat das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Die Sehnsucht nach Frieden und Liebe Die Sehnsucht nach Frieden und Liebe Die Sehnsucht nach Frieden und Liebe Musik Amen. Amen.